wir machen irgendwas entspannendes oder wir machen nicht so hardcore wir machen irgendwas entspannendes die frage ist nur wo winery ist stressig warte mal wo waren diese bären diese bären geschichten die waren irgendwo auf dem berg hier ok wollen wir mal hier probieren da ist bestimmt keine mehr drin bis wir da ankommen ja ja probieren wir das hier ja probieren wir das einfach probieren was soll es ach so und zieht euch was weißes an wie macht man das jetzt auch hier leider zu spät gewesen du kannst im karten im inventar modus kannst du quasi die ja du hast ja vier so skins genau da ist am besten du hast immer einen skin dabei der weiß ist oder irgendwas weißes an ja das ist das wollte ich dich beim letzten tschuldigung das wollte ich dich beim letzten mal schon fragen habe es aber vercheckt tatsächlich weil ich habe das in einem deiner videos gesehen dachte mir wie macht er das und ich habe es nicht herausgefunden turtles auch gefragt er wusste auch nicht ja genau also wenn du wenn du also du brauchst immer einen skin der was komplett weißes an hat und den kannst du am anfang im inventar auswählen wenn du noch in der lobby wirst da kannst du es auswählen ja ich war leider eine millisekunde zu langsam deswegen renne ich jetzt hier mit was schwarzen drum aber was soll was soll es ich bin auch schwarz schwarz ist nicht so optimal aber ja wir können ich habe eine idee wir schlachten paar eisbären dann können wir die eisbären pelze anziehen und dann passt es auch wieder ich frage mich jetzt davon ist die höhle ich sehe ich markiere höhle ist markiert aber wir machen erstmal schnell hier looten weil ohne waffen brauchen wir bei den eisbären nicht ausschlagen kommen wir welche mit da vorne gehen doch vierer team fliegt aber das importe ganz ehrlich das importe die sind aber auch weiter zweck ist nicht direkt bei uns doch die doch 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 die sind alle bei dir die sind alle bei dir brain fail ich habe ja ich habe keine dinge du hast vier typen an der backe was wuselt überall ich sag's dir sehr gut sehr gut ich höre sie ich höre sie rum schreien vor freude jetzt nimmer ich habe sogar im voice chat kurz gehört oder haben sie irgendwas gesagt ich dachte sind bots aber es waren keine ja gut einstieg jetzt das passt jetzt gehen wir auf eisbärenjagd und dann machen wir diesen server geschwind leer da ist eine m4 falls einer eine braucht eine m16 nämlich zurzeit sehr gerne ja ja m16 ist top ja die kombi am liebsten mit der aug tatsächlich als sniper mit single chance genau genau ich spiele die nur eigentlich fast nur als na oder was heißt fast eigentlich ausschließlich als sniper ich habe noch ein red dot übrig hier habe ich auch schon dank wir wollen rucksack wir müssten wir müssten also wir könnten uns zu den bären aufmachen weil ich glaube hier mal alles geloadet oder da liegt ja noch zeug rum da ist eine mosin oh mp5 ach so sorry ich hätte ich markieren können der mp5 aber ja ich spiele sie auch nicht es liegen überall mp5s rum krass ok dann spiele ich sie doch ähm dann spiele ich sie doch ganz ehrlich wenn ich munition für das ding habe wo ist denn hier die nächsten oi 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 die zone lass uns mal zu den nächsten häusern darf ich's looten dann gib ihm ja wollen wir wollen wir zum zum eisbeeren gedöns ja können wir ja welche farbe was warst du gelb wo ist dein marker gewesen oh nein ich habe den marker jetzt entmarkert shit äh es war hier irgendwo hier hinten über den bäumen da ah Mist ich habe irgendeinen scheiß inventar gelb hier ist einfach bärenrohr eine ak eine dmr mindungsdämpfer braucht ihr sieben nur munition könnte ich bisschen was abgeben äh ne alles gut äh ich habe auch ich habe auch ich habe auch vorsichtig sind eisbeeren ich sehe einen da vorne oh my god es sind zwei stück da ja dann ich sehe zwei stück nicht dass noch ein dritter da ist und der uns dann wegräumt ähm aus sicheren entfernung und dann drauf rotzen alle mal zum ja genau also wir fangen an drauf zu rotzen und dann kommen wir zu also auf die plätze fertig los also auf die plätze fertig los ok bär ist erledigt aber es ist noch ein zweiter da da vorne ist noch einer gelber marker wer ist da drin das ist halt nervig ja weil da müssen wir rein oha ne kommt nicht hat sich umgedreht nice so jetzt darf nur nicht da drin noch einer sein sonst haben wir ein problem ok das sieht nicht so aus ja die habe ich gerade weggeworfen weil ich die gerade leer gemacht habe für die bären ok sehr gut ey der loot hier ist einfach ein traum wir sind sechsfach ich sehe hab schon mal eins ey der tipp von turtles mit den eisbären der war einfach super das muss man einfach sagen scheiße da ist noch einer vorsicht vorsicht brainfade das hat ganz aua gemacht ey wenn er mich noch einmal getragen naja wobei er hätte mich reviven können wir müssen dann langsam Richtung Zoo ne auch ja wird mir noch ein auto aufgetrieben nicht ne ja aber wir sind im 16 perfekt hoffentlich Schautauschen perfekt hier ist auch nochmal ja also 50 cent für denjenigen der das nächste fahrzeug findet weil wir müssen echt los 6 scope ist hier noch jammer pack nimmt auf jeden fall ist jammer pack mit ich habe ein level 3 rucksack ok aber ja ne komm ich kann nicht eisbär da ist noch ein eisbär draußen ist ein eisbär hier rechts ist schon eine straße die flugzone was los was machst du hatte ich da berge killt hilft nix hilft nix scheiße ja wir können wir haben blutschip blutschip ist nicht so schlimm ich nehme ich nur dann ich nur dann deinen toten körper und machen wir uns jetzt auf die socken hier wir brauchen jetzt unbedingt ein snowmobile oder irgendwas wir hatten einfach gusel ja ganz ehrlich ich habe es sind immer drei da muss echt aufpassen es sind drei wir haben blutschip wir könnten ja ja stimmt da könnte man vorbei ja das stimmt die gondelbahn die gondelbahn davon ist sie irgendwie schnell bringt uns aber nicht dahin wo wir hin wollen oder die hilft uns gar tatsächlich gar nicht steht wir brauchen ist eine straße und dann ist auf ein fahrzeug offen ja mein schimmer ist jetzt kaputt auch der neuen sechs fachziele fernrohr was heißt ich wollen nehmen es mal lieber mit ich glaube die er wird alles brauchen genau wie wir werden ziemlich viele midi stuff schade marmelade hier ist nix naja ich sie aber da siehst du jemals ich bin nicht gut also vorne eventuell stein selbst ein fahrrad bringt uns nix oh mein gott jetzt kriegen wir es moped wäre nice nix mehr da das gibt es nicht egal das ist pub g leute das ist pub g manchmal frisst dann der eisbär manchmal stirbt man in der zone und wenn ich zu sein bin ich mir einigermaßen sicher dass das ich glaube nicht dass er da ein mechanismus eingebaut haben dass der eisbär denkt oh da drüben sieht aus wie ein art das glaube ich nicht aber ich sehe keins wo hast du das gesehen ach ja okay ja stimmt ja alles klar okay cool das ding hat keinen koffer kofferraum aber egal besser als besser als nix auf jeden fall wir machen die rechts ist ein revivestation fahrzeugchen ja ja so machen wir es also erst rot dann gelb und dann holen wir oder fahr da ein weil sie ist auf der auf dem weg zur zone hier ja das geht auch her oder dann oben ja können wir auch können wir auch ja 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 pass ok dann ok let's let's go ich darf jetzt keinen mist bauen beim autofahren no pressure no pressure best driver ever ja haben wir gerade schon ein paar mal gesehen beim dings zum beispiel bei unserem schönen paraglider ja wem wir haben einen dragl zurück holen das wäre doch eigentlich richtig cool Das war geil, ja. Vor allem kommt er direkt in die Zone. Ja, das stimmt. Wir können weiter. Wir können dann ihm zuschauen, während wir in der Zone, nachdem wir in der Zone gestorben sind. Ah, nee, das geht nicht. Wir müssen am Leben bleiben, solange bis er wieder da ist. Ja, ja, wir müssen am Leben bleiben, bis er wieder gelandet ist. Oder beziehungsweise bis er... Ja, ich weiß es, das denke ich mir. Ja, so, das funktioniert leider nicht. Das reicht, wenn wir hochladen. Okay, let's have a look here. Okay, nice. Noch irgendwas hier schnell looten? Let's go. Oh Gott, hier. Ja, ich komme. Ja, warte mal. Ach, komm. Scheiße, ich habe überhaupt keine Verbände mehr. Oh mein Gott. Warte. Och Mann. Nee, muss ich aussteigen. Egal, dann swappen wir nachher. Ja. Dann tauschen wir nachher Fahrersitz. Schade Marmelade. Ja, gut ist mir die Zone, das soll passen. Ja. Zone 4 einfach dann. Oh, ah. War alles geplant. Ähm, ich muss mich... Wir müssen tauschen. Ja. Ach so, du kannst einfach... Ja, ja. Nee. Halt an, halt an, halt an. Halt an. Ja. Ach so, du hast keine Verbände. Nee, ich habe keine Verbände. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, jetzt, okay. Los geht's. Boah, wir haben es noch ultra voll. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Das wird hässlich. Richtig, 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 richtig knapp. Opa. Opa. 24 am Leben. Ah, scheiße. Was? Ich muss anhalten, ich muss mich kurz singen. Okay. Ja. Von bei, genau, dann geht der Motor aus. Gib ihm, gib ihm, Bruder. Ja. Wir könnten... Nee, wir machen jetzt keine Experimente. Der hat halt einen Kofferraum, ne? Das ist schon irgendwie verlockend. Aber du hast auch keine Verbände mehr, oder? Ich habe gar nicht, ich habe noch drei Verbände, zwei Verbände habe ich noch. Okay. Ja, egal, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Aber die Familie ist auch vorne. Was meinst du, was ist los? Wo bist du? Äh, an einer Weichstelle. Stell dich einfach hin und sag, du bist der Tankwart, dann machen sie dir nix. Unser geht es gerade auch nicht so viel besser. Wollen wir hier looten? Oh, hier. Gelber Marker, ähm, direkt an der Hauskante. Scheiße. Ja, es sind halt vier, ne? Also, klar, ne? Wir haben es mit einem Vierer-Team zu tun. Jetzt müssen... Jetzt schauen wir, jetzt... Dragil, jetzt schauen wir dir zu. Ja, Dragil, pass auf. Das sind zwei Teams. Ich habe keine Waffe, ich habe gehört. Eben. Ah, das ist halb so wild. Nimm eine Pfanne. Wenn du die am Kopf triffst mit der Pfanne, wenn du die wirfst, ne? Das sind die in... One-Shot. Das sind also nur vier gute Pfannenwürfel, die die vom Chicken Dinner abhalten. Ich schaue jetzt, jetzt bin ich gespannt. Okay. Hast du... Du hast gar nichts, oder? Ich habe gar nichts. Oh, Gott. Ich wollte mich einkaufen. Ja, okay, das ist... Ja. Das wird schon... Wenigstens hast du noch Luft in den Reifen. Das ist immer was... Das ist ganz gut, eigentlich. Ja. Da könntest du noch was drin finden. Oh mein Gott. Leid nach. Ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Nehmen die drei, weißt du? Kommt ein Auto. Es kommen zwei Autos. Die drei, weißt du, die da drin liegt. Ja. Haben sie gerade nicht gecheckt. Ne, die haben... Ne, ne, haben sie nicht. Haben sie nicht. Zum Glück. Zum Glück. Sonst wärst du so weg gewesen. Mit der 1er-Weste. Oh mein Gott. Das nächste Auto. Komm doch mal. Nächste Motorrad. Jetski. Also, wenn du jetzt abdrückst, bist du geliefert, ne? Also, einfach extrem stealthy spielen. Nicht schießen am besten. Oh mein Gott. No pressure, no pressure. Du kannst den K98 nachladen. Oh mein Gott, was sind sie? Ne, ne. Lass es, lass es, lass es, lass es. Wenn die dich nicht sehen, wenn die dich sehen, bist du weg. Ja. Die Smoke, nimm die Smoke mit. Oh mein Gott. Ignorier die. Mach nichts. Zwei, drei Stück. Wenn einer von denen dich sieht, bist du geliefert, ne? Also, Vorsicht. Du musst jetzt so ein, so ein, du musst jetzt so eine, wie so eine Schabe. Verstecken, schnell bewegen und verkriechen. Du stirbst in der Zone. Der hat dich nicht gecheckt. Du hast, du kriegst noch einen zweiten Anlauf. Heil dich. Boah, das wird knapp. Daniel, du machst es spannend. Du machst es spannend. Es tut richtig weh jetzt schon. Aber dass der andere Typ nicht gecheckt hat, dass du auf ihn schießt, das fand ich witzig. Und das habe ich auch nicht mehr gesehen. Das gibt es nicht. Was war das? Also. Lasst ein Like und Subscribe. Achso, Entschuldigung. Macht es gut. Ciao, ciao.